Wie heißt du? Kommt drauf an. Worauf? Auf den Tag. Ich hab zwei Namen. Welchen willst du? Wissen sie zu Hause, was du hier machst? Meine Mutter würde sterben. Für sie arbeite ich in einer Bar. Und deine Familie? Die wissen auch nichts. Ist ja nur vorübergehend. Hältst du dein Gleichgewicht gut? Das konnte ich noch nie gut. Genau wie die Prinzessinnen. Die sind so sensibel, dass sie spüren, wie die Erde sich trägt. Deshalb wird ihnen dauernd schwindelig. Lass los, ich bin das nicht. Lass mich los, Zulema. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass der dich windelweif schlägt und beim ersten Anruf rennst du hin und holst dir nochmal Prügel an. Nein, es kann nicht sein, dass ich nicht auf die Straße kann. Das kann nicht sein. Man sagt, sie sind so sensibel, dass sie krank werden, wenn sie fern von ihrem Königreich sind. Sie können sogar sterben vor lauter Traurigkeit. Und dann kommt ein Tag, der ist der absolute Wahnsinn. An diesem Tag ist alles perfekt. Du triffst die Leute, die du sehen willst. Und alles, was an diesem Tag passiert, ist genauso, wie du es dir wünschst. Das passiert nur einmal im Leben. Und niemand weiß wann. Deshalb musst du Acht geben. Hast du geheime Fähigkeiten? Kannst du fliegen? Noch besser. Ich bringe andere zum Fliegen. Ich lege auch was zur Seite, um mir solche Titten zu kaufen, wie du sie hast. Kassierst du bei deinem? Heute sind wir keine Huren. Heute sind wir Prinzessinnen. Kassierst du bei deinem? Kassierst du bei deinem? Son ist ein Tag, der Mann währenddömerkst du bei deinem? Kassierst du mit deinen designation T sau. Kassierst du bei deinem? Meinen. Herkse. Bis zum nächsten Mal.